Marriage Story führt geneigte Zusehende die ersten fünf Minuten gekonnt in die Irre, indem er sich einmalig voll und ganz den Konventionen des klassischen Rom-Com-Genres hingibt. Liebevolle Off-Kommentare, Randy Newman in unbedingtem Klimper-Klimper-Modus und ach so herzallerliebste Schrohlen der beiden Hauptfiguren inklusive. Es hat eigentlich nur noch die obligatorische Kamerafahrt über Wolkenkratzer gefehlt und ich hätte mich in meinen Befürchtungen, dass das hier ein Wiederaufbereiten der schlimmsten Schmanzetten-Klischees der 80er, 90er und frühen 2000er sein könnte, endgültig bestätigt gefühlt. Zwar wußte ich angesichts der fulminanten Lobeshymnen aller Orten, dass das so seicht und forciert schnuckelig nicht bleiben konnte, aber die Sorge blieb, dass Marriage Story für mich eine Idee zu glatt, zu amerikanisch, zu konventionell sein könnte. Wie man sich doch irren kann. Noah Baumbäck verarbeitet mit diesem Film seine persönliche Scheidung mit Schauspielerin Jennifer Jason Leigh. Dass er weiß, was er erzählt und dass eben dies in jeder Einstellung spürbar ist, überrascht dabei deutlich weniger als der Umstand, dass er konsequent der Versuchung widersteht, schmutzige Wäsche zu waschen, anzuklagen oder auch nur seine Sicht der Dinge über die der weiblichen Protagonistin zu stellen. Ja, es gibt eine Menge Enttäuschungen, Vorwürfe und Frustrationen in diesem Film, genauso wie es Worte und Taten von beiden Seiten gibt, welche nicht weniger als häßlich bezeichnet werden können, aber sie kommen immer von einem komplett nachvollziehbaren Ort in der jeweiligen Seele. Und dieser ist kein wirklicher Ort des Hasses, sondern der akuten Überforderung. Der Film zeigt weder Helden noch Schurken, nur zwei Menschen und ihre Bedürfnisse, sowie ihre sehr menschliche Unfähigkeit, ihre Empathie durchgehend genug auf ihr Gegenüber auszuweiten, dass es nicht in Reibereien, Konfrontationen und Schmerzen mündet. Was sie dennoch und unermüdlich beide immer wieder versuchen. Diese sehr unkonventionell erwachsene Sicht auf die Dinge wird von einem Duo getragen, welches nicht weniger als fulminant aufspielt. Johansson und Driver kehren hier mit einer solchen Schonungslosigkeit ihr Inneres nach außen, dass es eigentlich wie ein sehr schwerer Kraftakt anmuten müsste. Stattdessen verlieren weder sie noch Baumbacks Inszenierung auch in den Momenten, in denen das Drama am schlimmsten ist, die Leichtigkeit des Alltags. Wenn Driver in seinem hilflosesten Moment Johansson anbrüllt, gilt das nur ihr und keiner Kameracrew. Wenn Johansson im Abgehen ihre Tränen nicht mehr zurückhalten kann, schielt ihr Spiel dabei nicht auf Oscars, sondern bliebe am liebsten unbeobachtet. Ich verwende hier bewusst die Namen der Spielenden, denn ihre Rollennamen hinzuschreiben, würde sich angesichts dieser atemberaubenden Authentizität ebenso falsch anfühlen, wie hier von gespielten Figuren zu sprechen. An derart glaubwürdiges Paar sah ich zuletzt in A History of Violence mit Bellow und Mortensen, und der ist auch schon wieder 15 Jahre her. Für mich als Angehöriger ihrer Zunft ist es aber auch unglaublich toll zu sehen, wie sehr die beiden von ihrem Regisseur geliebt und unterstützt werden, wie viel Raum sie zum Atmen und sich entfalten bekommen, wie wenig sie durch irgendwelche Regieeinfälle durchschwimmen müssen, um den festen Boden der Wahrheit zu erreichen. So bleibt ihre Arbeit trotz der extremen, komplexen, widersprüchlichen, schwierigen Emotionen, die sie verwalten, durchgehend leicht, bisweilen gar heiter, wie es überhaupt kleine, urkomische Momente gibt, welche zumeist von den Nebenrollen geliefert werden und die für eine Auflockerung in einem Film sorgen, welcher zu Recht jeglicher Form von effekthascherischem Drama misstraut. Marriage Story, dieser wunderschöne Film, ist durchdrungen von Liebe. Er liebt seine Spielenden und er liebt die Menschen, die sie verkörpern, auch und gerade in den Momenten, wo sie sehr fehlerhaft agieren. Er zeigt Schmerzen, wo Menschen leiden, ist da sehr komisch, wo sie heiter sind und erlaubt sich am Ende da Hoffnung, wo Wunden zu heilen beginnen. Weil er aber gleichzeitig auch immer eine Geschichte über Trennung erzählt, ist es zeitgleich auch eines der traurigsten filmischen Werke, die ich kenne. Wobei die Traurigkeit, die hier gezeigt wird, zu der Sorte gehört, von der die meisten Filme Abstand nehmen, weil sie nicht den gewünschten, schnellen, heftigen Effekt auslösen, der die Zusehenden überschwemmt, wenn beispielsweise jemand stirbt oder ein paar durch widrige Umstände gezwungen wird, sich zu trennen. Die Traurigkeit, die entsteht, wenn zwei Menschen gemeinsam das Glück suchten und schlicht einsehen müssen, sich geirrt zu haben, geht tiefer und kommt schleichender, ist aber auf Dauer dann auch nachhaltiger und beständiger. Das ist zumindest meine Erklärung dafür, warum ich während des Filmes als unerhört stark am Wasser gebauter Mensch nicht ein einziges Mal weinte und dann während des gesamten Abspannes Rotz und Wasser heulte.